Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time Walk & Talk. Heute mal ein bisschen anders aus Silithus, denn wir haben das Scarabeus Event und dementsprechend sind wir tatsächlich im alten Silithus und können hier Quests machen, mit denen sich alte Level 60 Spieler zu Classic den ganzen Tag beschäftigen dürfen. In Form von modernisierten Weltquests. Das ist total super und macht genauso viel Spaß wie damals. Und ich dachte mir, hey, ist ein Special Part. Ganz unabhängig von diesem Part möchte ich an dieser Stelle den Spieler Zottelkuhl vom Server Blackhand grüßen und möchte natürlich nochmal anmerken, dass das nichts mit dem anschließenden Ranting zu tun hat. Freunde, heute geht es ein bisschen um Part, die mir ein bisschen an die Nieren ging. Deswegen bin ich auch gezwungen, heute um 0.46 Uhr aufzunehmen, denn wir waren heute in den Streams, Livestreams wie immer, damit beschäftigt. Und wer ab und zu mal ins Replay schaut, der wird das Ganze kennen mit Chara Timeruns, mit einem Mount Giveaway von diesem glimmernden Glutwürmen. Schimmerndauer Glutwürmen, irgendwie so heißt es ja, kann droppen, wenn man eben in Chara das in einer bestimmten Zeit schafft und so ein paar spezielle Bonusziele eben einsammelt. Normalerweise mache ich dann immer eine Gruppe auf und lasse euch dann reinschreiben, eben hier, ich brauche das Mount und hier, ich will helfen. Und so finden wir uns dann in der Regel immer zu einer entsprechenden Gruppe zusammen, rulen da schnell durch, die Leute freuen sich über Lego Drops, über einen zusätzlichen Mount Drop oder eben einfach freuen sich mit an der Freude dessen, der diese Art Giveaway quasi gewonnen hat und helfen, wir helfen dann eben zu viert einem, dieses Mount zu bekommen, das er logischerweise noch nicht hat. So, geil, nebenbei sammeln wir hier diesen Silithus-Staub. Mega, oder? Es ist Labelt Timewalking. Total krass. Ich weiß gar nicht, warum Silithus so eine unbeliebte Zone ist. Ja, aufmauern kann man da übrigens auch nicht. Und Metamorphose und Charge vom DH hat das letztens auch total deaktiviert. Mega geil. In jedem Fall gab es damals jetzt nie Probleme, wenn mal Heiler-Notstand war oder so. Ja, ich freue mich immer, dass so viele auch helfen wollen oder einfach nur eine Chance wollen, auf dieses Atomen-Mauern, was da auch droppen kann, oder eine Waffen-Illusion, Lego-Chance hochtreiben. Was auch immer. Es gibt genug Gründe, auch eine Plus-Null-Inmüssig mal mitzurennen, vor allem, wenn es so schnell geht. Und tatsächlich hatten wir da natürlich auch immer mal Notstände. Immer sind gefühlt 300 Leute in der Nähe, die einfach mal auf Teufel komm raus helfen wollen. Ja, und so gab es dann jetzt die Situation zum ersten Mal, dass tatsächlich jemand angemeldet hat als Heiler, den wir in diesem Moment noch brauchten, und gesagt hat, ja, hier, ich helfe. Er hat sich angemeldet und hat nicht Nid reingeschrieben oder braucht das Mount, sondern einfach Help. Also Hilfe, logischerweise, so wie die meisten anderen Helferlinge auch. So, wir laden den ein, wir machen den Dungeon, der winkt noch freundlich. Ja, und dann plötzlich gewinnt nicht der Demon Hunter Tank das Mount, der das kriegen sollte, sondern der Heiler und lockt sich aus und ist off. Und ich war zum Glück am Ende des Streams und konnte nur noch dem Demon Hunter versprechen, ihn beim nächsten Mal garantiert als erstes ranzunehmen, wenn er da ist. Und ihm, das klang ein bisschen falsch, aber ihn eben mitzunehmen nach Karazhan und ihm da nochmal das Mount zu garantieren, dann mit einer garantierten Truppe auch. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ist mir so asozial noch nicht passiert. Oder seit langer Zeit nicht mehr. Lasst euch das von dem Typen sagen, der die Hühner in Westphal tötet. Ihr kennt die vorhergegangenen Parts. In jedem Fall war ich dann zunächst der Ansicht, nein, das macht keiner. So asozial ist keiner. Ich versuche hier Gruppen zu stellen, um Leuten Mounts zu schenken, an die sie sonst nicht rankommen. Im Zweifelsfall sagen wir sogar, hey, okay, wir haben keine Helferlines mehr, es ist zu spät, zu früh, jeder hat ID, whatever. Dann nehmen wir halt noch einen mit, der das Mount auch braucht, haben wir eine 50-50 Chance. Auch das hätte er ja sagen können. Die Chance ist ja da, er hätte sagen können, ja, hier, ich heile euch das, aber ich möchte gerne auch aufs Mount mitrollen. Wäre ja kein Problem. Hauptsache, wir kommen los und einer mehr hat das Mount. Und der andere dann nächste Woche oder übernächste, whatever. Das hat er nicht ergriffen. So geht er auf. Also gehe ich einfach davon aus, hey, ist ein Fehler, der ist dezid, blöd gelaufen. Oder von mir aus, dann hätte vermutlich keiner geglaubt, da mit einem dann schreibt er dann, ah, ich habe mich verguckt, ich habe es doch noch nicht. Da hätte man dann gesagt, ja gut, okay, wir sind jetzt losgegangen, vielleicht kriegst du es alles cool. Nein. Er zieht vor über 200 Leuten in dem Moment um 23 Uhr noch was, zieht er die größte Assi-Aktion ab, die man in diesem Moment bringen kann. Und ich war kurz wirklich richtig geladen, richtig mad. Nicht, weil es mal wieder irgendeinen Vollspasti gibt, Alter, ich weiß nicht, ob es ein Kiddy war um nach 23 Uhr, hoffentlich nicht. Was sich da dann eingekackt hat und was weiß ich nicht, voll cool und dann danach sich nicht mehr melden konnte, weil es so zitternd im Bett lag. Keine Ahnung, was da für ein Untermensch vor dem Rechner saß, um so eine Aktion wirklich zu bringen. Mir tat es und tut es einfach leid für den Demon Hunter. Und das ist genau der soziale Aspekt, von dem ich immer rede, den ich feiere, wie mich das mega ankotzt. Und zwar nicht mich betreffend, weil ich scheiß auf solche Leute schon mein Leben lang. Sondern für die anderen, die da einfach verarscht wurden. So, dieser nette Mann, dessen Name natürlich noch nicht in diesem Part genannt wurde. Ich habe mir dann einfach einen Char auf seinem Server gemacht. Einen Char auf dem Server, hatte ich kein Gold, hatte ich keinen Char stehen, habe Schweine getötet, bis ich 30 Kupfer für einen Brief hatte. Und ihn gebeten, doch die Situation richtig zu stellen, um nicht künftig irgendwie mein ganzes System überarbeiten zu müssen für solche Fälle. Dass das halt ein kleiner Fehler mal war, kann passieren. Was weiß ich, er hat schlechtes Internet. Habe ihm einen Brief geschrieben, weil er nicht on war. Ja, extra noch Kupfer gefarmt, so eine Scheiße mache ich dann. Weil das lässt mir keine Ruhe. Weil ich glaube nicht, ich will nicht glauben, dass in meinem WoW in Anführungszeichen, solche Assis ungestraft rumrennen können. Ja, weil wer so ist, der versaut euch auch die Mystic Plus Kies, der geht da mittendrin raus. Der verlieft auch eure festgeplante 3 gegen 3 Gruppe, wenn er keinen Bock mehr hat. Ja, total geil, mit seinen 3 LFR Kills. Bester Mann, GZ, Grüße gehen raus. Und ja, dann kam er unten. Dann habe ich angeschrieben, ey Digga, nice, spare ich die Post. Wie sieht das aus? Ich würde gerne mit dir schreiben. Ja, ich will auch nicht, dass jetzt ständig Zuschauer fragen, wie es aussieht da mit diesem Assi. So möchte ich das eigentlich stehen lassen. Bist bestimmt kein Arschloch, war bestimmt einfach blöd gelaufen. Meld dich doch mal. So, schreibe ich, geht er wieder auf. Dachte ich so, okay, nächster Disconnect. Ja, kommt dann 5 Minuten später, als ich den Brief wieder fertig hatte und senden wollte, kommt er wieder on. Na, und ich schreibe ihm das wieder. Und naja, was soll ich euch sagen, Freunde? Er geht wieder auf. So. Dann kommt er wieder on. Ich schreibe ihm wieder. Und es kommt die Meldung, dieser Spieler, dessen Name nicht genannt wird, ignoriert euch. Und ich finde das so unfassbar ekelhaft. Ich finde das so unfassbar untermenschenhaft. So eine Assi-Aktion zu bringen, wirklich so eine Assi-Aktion zu bringen und dann nicht mal den Arsch in der Hose zu haben oder wenigstens so asozial zu sein wie Frank Gallagher aus Shameless und sich hinzustellen, ja, blöd gelaufen für euch. Jetzt wisst ihr was besser. Ich hab meinen Maun. Fickt euch. Ihr seid doof, ne? Nicht mal das so durchzuziehen, so richtig ins Gesamtpaket passend. Freunde, ganz ehrlich, so eine Scheiße macht mich krank. Ganz ehrlich, ich hab nicht mal einen coolen Spruch für euch jetzt. So eine Scheiße macht euch krank. Macht mich krank euch vielleicht auch, keine Ahnung. Und das ist wirklich ein Kram, ähm, der geht mir an den Nieren einfach, weil mir echt der D.H. so leid tut, ja. Freut sich da auf seinen Mauntiger, kommt mit, gefühlt 50 Mal vorher klappt das und bei seinem Gang muss der größte Bastard der Welt dabei sein, würfelt ihm das weg und hat dann nicht mal den Arsch in der Hose dazu zu stehen. Sorry, not sorry, was für ein Hurensohn. Ja, real talk, Alter. Da hört mein Verständnis definitiv auf. Das finde ich weder lustig, noch sonst was. Das ist asozial auf höchster Ebene. Weil das ist was, das ist für mich eine Art von Charakter. Das ist nichts, das ist ein Spiel, das mach ich nur hier. Ich bin sonst kein Assi, nein. Das ist genau der Typ, der uns sonst genauso abfacken würde. Egal in welcher Situation. Holy shit. Quest fertig. Ruf ab. Dankeschön. Immerhin, oder? Immerhin. Zum Glück kam jetzt kein Ali, hat mir den Staub geklaut. Wäre ich komplett ausgeflippt, hätte seinen Staub geklaut, wäre ausgelockt, ne? Wirklich. Ne, echt, Freunde. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Warum macht man denn sowas? Wie gesagt, für mich ist die Erklärung, weil ich, ihr wisst, für mich ist vieles einfach nachvollziehbar. Für mich ist auch vieles entschuldbar. Ja, alle sind Menschen, alle machen Fehler. Aber so ein Benehmen ist für mich mega asozial. Und gäbe es da eine Meldefunktion für. Einfach mit Assi. Könnte auch sicher sein, dass der erste Namecaller im Forum wäre, um diesen Bastard aus WoW zu verbannen. Ja, weil, ne? Was soll das? Was soll das? Wirklich. Freunde, ganz im Ernst. Den mache ich nicht alleine bei dem Livepool. Aber, ne, sowas macht mich auch fertig, ne? Meine Hoffnung war, dass es einfach ein Kiddy ist. Aber die Chance, dass ein Kiddy um 23 Uhr noch was unter der Woche irgendein Karatein von Heil ist, ist auch mies, ne? Ja, Freunde, Timewalk and Talk, ne? Wir reisen in der Zeit zurück und reden über Sachen, die mich bewegen oder die WoW-Welt in letzter Zeit erschüttert haben. Das war irgendwie beides. Zumal ich ja jetzt so ein bisschen auch in der Bredouille bin, ne? Ich meine, dem guten Mann konnte ich jetzt versprechen, dem guten Demon Hunter, dass ich ihm garantiert das Mount nächste Mal bringe. Dass er garantiert nächste Mal einen smoothen Run bekommt. Da werde ich auch nur Leute mitnehmen, wo ich genau weiß. Ja, Pilgur kommt immer gern mit 300 Chars mit. Äh, Bolias kommt mit, wenn's geht. Sharun kommt mit, wenn's geht, ja. Äh, äh, naja, mehr konnte ich nicht machen, ne? Ich hab mich dann auch hilflos gefühlt in dem Moment wegen so einer Scheiße, ne? Konntest nicht mal sagen, hier, Blutdk, Duell in zwei Sekunden, CD's ziehen, bis let it go an, Alter. Und dann kurz mal zerrömmeln und dann nochmal, ne? Bringt alles nichts. Bringt so oder so alles einfach nichts. Keine Ahnung. Das war einfach mal eine höchst unangenehme Situation. Und ich bin ja jetzt der, der gucken muss, ja? Der jetzt gucken muss, weil er ist ja jetzt wirklich, äh, der eine, der eine Typ mit der einen Assi-Aktion, der jetzt andere ähnliche Assis motivieren könnte, ja? Äh, zu sagen, so weiterzumachen, whatever. Ich muss ja jetzt gucken, wie ich die Gruppen baue, ne? Das ist ja jetzt so ein bisschen noch Auslöser, äh, mal weitergedacht, äh, dass ich da jetzt gucken muss, ja? Dass wir dann nicht mit allen Chars, Alldiefs ballern können, sondern nur so lange, wie ich auch Leute im Chat habe, die ich kenne, oder in der Gilde, oder in der Liste, whatever, ja? Ähm, mit denen man da dann arbeiten kann. Ähm, wo man sich sicher sein kann, dass das einfach keine Vollbastarde sind. Mal so gesagt, ja. Ähm, insofern finde ich das höchst schade. Und wollte auch einfach nochmal in diesem Rahmen extra Video dazu machen, dass ihr einfach wisst, wie sowas vielleicht auch entstehen kann, ja? Wie, äh, wieso, weiß ich nicht, äh, große Ami-Streamer sowas zum Beispiel gar nicht machen, ja, weil die dann vielleicht nur solche Assis dabei haben, oder so, ne? Vielleicht ist das einfach, die harte Tour sowas zu lernen. Vielleicht waren wir auch zu soft, klar, kann auch sein. Aber, weiß ich nicht. Vielleicht hatten wir auch einfach Glück, dass wir mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben können, ne? Oder gar nicht mehr zu tun haben. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch zu philosophisch gedacht. Es war einfach ein Arschloch und fertig, ja? Davon abgesehen. Aber mich macht Zeit mad. Mich triggert so eine scheiße, Freunde, nahezu endlos. Und ich bin jetzt der falschen Gruppe gejoint, oder was? Andi, die farmen das da. Ach, das ist ja auch interessant, ne? Das ist jetzt hier so eine Questreihe. Da muss man dieses Kostüm komplett anlegen. Hier mit Google, mit Schultern und, äh, mit Robe. Und dann kann man mit so einem Glücksbringer hier so einen sogenannten Templer beschwürmen, ne? Oder mit Lochkäse, whatever. Und das dauert ewig zu farmen. Das war früher auch scheiße teuer immer. Aha, die Mobs sind nicht maskuliert. Ihr seht das schon, damit man das hier ein bisschen weniger stundenlang farmen kann. Und dann braucht man noch so einen Glücksbringer gedroppt. Und damit kann man so einen Stein aktivieren und damit so einen Templer beschwürmen. Ja, that's it. So, jetzt haben wir hier das volle Set, ne? Boah, Biss, Alter. Biss as hell. Ja, Freunde, das lag mir heute so auf den Nerven, dass ich mal einen Frühling-Part machen musste. Ich hoffe, ihr ging euch nicht zu sehr auf den Sack. Aber ihr wisst, ich nehme euch auch gern mit auf den Weg meiner Entscheidung. Oder wie ich meine Entscheidung treffe. Oder wenn was Gutes oder auch weniger Gutes passiert. Insofern hoffe ich, war für den einen oder anderen vielleicht wenigstens ein bisschen interessant. Ja, ähm, keine Ahnung. Vielleicht habe ich da auch überreagiert. Ach, weiß ich nicht. Ich bin halt so. Sorry, not sorry. Ich bin halt so. Ich will nicht, dass solche Asis existieren. Vor allem nicht, wenn ich die Möglichkeit gebe, dass das doch noch im... Ne? Ich meine, ich gebe dem... Ich gebe doch sogar die Möglichkeit, Digga. Was soll ich denn noch tun? Ja? Er hätte sagen können, hier... 50, 50... Dann immerhin 50, 50. Wir können los. Ne. Ne. Krank. Krank, Freunde. In diesem Sinne können wir, glaube ich, dankbar sein. Das war, by the way, was wir jetzt hier gemacht haben. Das war, by the way, eine adäquate Simulation. So von Silithus früher, ne? Ewiges Gekämpel. Und dann, äh, fertig. Wenn man die Steine aktiviert, wenn man nicht das Kultisten-Set trägt, dann verreckt man. Dann ist man One-Aid. Auch mit 110. Ne. Nur nochmal so auch in den Raum geworfen. Also, ja, Freunde. Ne. Äh, wirft ein gutes Licht auf das, was wir immer machen. Ja, ich freue mich, ein drittes Ei, wenn wir einfach einen baggenden Boss mit einem Sitzstreik besiegen, bis er despawnt, ne? Dass wir geordnet durch die Raids gehen, dass wir selbst den Letzten... Deswegen hat's... Weil das alles so gut geklappt hat, hat's mich vielleicht besonders schockiert, dass immer noch solche Vollassies rumlaufen und dann auch nicht mal einen Arsch in der Hose haben, ne? Also, äh, ne? Wenn's irgendwo leckt, wir sind mit 40 Leuten unterwegs, was weiß ich, 1000 Leute, ja, wir porten den Letzten noch ran, weil's bei ihm leckt, weil er noch Infight ist, wir stehen da und warten, ja? Ja, und dann so eine Scheiße, Alter. Ohne Witz, das ist so... Das schlägt dich instant down. Das ist so genau... Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Aber einmal kurz den Reiner zitieren. Ja, ha, 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 ha. Sehr gut. Äh, das ist so dieses eine blöde Ereignis einfach, was ich jetzt den ganzen Tag, obwohl so viel schön... Der Stream war übelst geil auch, hat mega Spaß gemacht, das ist so die eine Scheiße, die dich runterzieht, ne? Man kennt das auch ganz genau. So, und da nehm ich's mir... Lass ich mir natürlich nicht nehmen, äh, mit euch auch wieder drüber zu sprechen, Freunde. In diesem Sinne, im schlimmsten Fall. Können wir uns jetzt was drauf einbilden, keine Vollassies zu sein? Wenn's nicht so traurig wär, könnten wir das vermutlich machen. Aber, ne, weiß ich nicht. Das... Ich fand's einfach mega doof. Und darum wollte ich mit euch darüber reden. Genauso wie vorher mit peinlichen WoW-Stories oder mit Add-on-Geschichten und so weiter, ne? Alles irgendwie dasselbe Kaliber. Im Endeffekt bin ich dem Mann dankbar. Ich konnte ein Part füllen. Ich konnte mal wieder einen Part finden, ne? Und ich weiß es nicht. Es macht mich einfach traurig, wenn die Leute so sind. Naja. Freunde, haben wir genau so. Genau das gehört auch zu dem MMO, ne? Genau so. Das ist auch der soziale MMO-Faktor. Da gehören auch Assis dazu, ne? Und war vermutlich auch nur eine Frage der Zeit, bis sie uns mal treffen. Wir haben immer noch nicht den Glücksbringer gedroppt bekommen. Auch das ist eine adäquate Repräsentation, ne? Und wer jetzt nicht übelst Bock auf dieses Silithus-Time-Walk-Event hat, nach diesen geilen Quest, die ich hier gezeigt habe, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist dem einen oder anderen alten Classic-Veteranen so eine kleine Freudenträne am Bein runtergelaufen, ne? Das kann ja auch sein. Muti, Freunde. Ich glaub, ich muss jetzt hier nicht noch fahren, um 300 Stunden lang danach präsentieren zu können, wie er so ein Wind-Elementar spawnt, oder? Weil es ist auch wirklich nicht special. Man benutzt dann den Stein, verbraucht den Glücksbringer und, äh, hey. Aber was es gab, by the way, ich hoffe, ich hab's jetzt noch, ist so ein Mount, ne? Hier, geil, überarbeitet rote Panzer-Drohne. Gab's jetzt für die Zeit hier. Ist jetzt noch eine Woche, sieht schick aus, ne? Setz in. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ne? Bleibt bloß alle so, wie ihr seid, Alter, ja? Weil es macht sich wirklich immer noch bemerkbar. Ja, und zum Glück sind auch die Guten immer noch in der Überzahl, Freunde. Ihr wisst Bescheid, die Welt ist schlecht, aber wir machen sie besser, ne? Und ich glaube, solche Untermenschen sind das beste Beispiel dafür. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns in den nächsten Parts, oder in dem Fall zu hören. Weil ich glaube, gut, ob das jetzt sehenswerter war, als Tiefensumpf-Timewalk oder so, sei mal dahingestellt. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen und zu hören, Freunde. Wir sehen uns in den nächsten Parts. Ich wünsche, dass dieser Typ nie eure Gruppen joint. Bis da in Ordrein. Schau's!